Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3 Reforged, hier in der vorletzten Mission der Nachtelfenkampagne und damit tatsächlich des gesamten Hauptspiels Reign of Chaos. Wir haben einiges zu erledigen in dieser Mission, unter anderem müssen wir mit der Hilfe von Illidan Stormrage oder Sturmgrimm einen Stufe 7 Dämonenjäger, Tichondrius, töten, den Anführer bzw. dem Oberaufseher des ganzen Lichtkönig- und Geißelprojekts, das die brennende Legion angestoßen hat. Wir haben jetzt hier eine neue Einheit bekommen, die wir in der letzten Folge freigespielt haben. Beim U-Tum der Lehren können jetzt Klauendroiden ausgebildet werden, diese Droiden können sich in Bären verwandeln und die sehen wir hier. Die sind in ihrer Standardausführung jetzt nicht unbedingt so mega stark, aber wenn man sie dann zu Bären macht, sind sie super als Tanks geeignet. Illidan besitzt die Fähigkeit Feuerbrand. Feuerbrand hüllt den Dämonenjäger in Flammen, die gegnerischen Bodeneinheiten in seiner Nähe Schaden zu fügen. Ja, der Dämonenjäger ist eine sehr, sehr schnelle Einheit, eine sehr, sehr schnelle Heldeneinheit. Sein Hauptattribut ist deswegen auch die Beweglichkeit. 33 bis 55 Schaden, er hat jetzt schon fast 1000 Lebenspunkte. Das ist also alles durchaus ganz stark. Wir werden jetzt mal ein paar Irrwäsche machen, die uns hier Verteidigungstürme hinstellen. Ansonsten könnte das etwas blöd werden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir von dieser Seite aus angegriffen werden können. Ich hoffe mal nicht. Von wo kommen denn hier eigentlich die Gegner? Okay, hier können wir überall rüber. Ich würde einfach mal sagen, es ist logisch, wenn wir hier oben mal so ein paar Urtume, äh, Urtume-Beschützer hinbauen. Das ist wie hier so. Und hier auf jeden Fall auch noch einen. Dann werden wir unsere Einheiten hier hinstellen. Wenn wir jetzt einen Klauen-Druiden... Ach, wir können den doch gar nicht in die Bärengestalt bringen. Oh, da haben wir schon mal. Probier's doch gerne. Sehr gut. Idan macht kurz den Prozess mit euch. Feuerbrand definitiv wieder ausmachen. Wir haben leider einen von unseren Urtume-Beschützern verloren, beziehungsweise er ist gar nicht dazu gekommen, gebaut zu werden. Segen der Natur erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und die Rüstung von Urtumen und Trends. Verbesserter Bogen auf jeden Fall für die Bogenschützinnen. Davon brauchen wir eine ganze Menge. Und wir werden auch mal hier unsere Mondrüstung verbessern und die Adepten-Ausbildung für Klauen-Druiden, ganz wichtig. Höht das maximale Mana, die Mana-Regeneration, die Trefferpunkte und den Angriffsschaden der Nachtelfengestalt von Klauen-Druiden und lehrt sie Verjüngung. Verjüngung, ein sehr, sehr wichtiger Zauber, wie ihr gleich feststellen werdet. So, ein paar Urtume-Beschützer müssen hier auf jeden Fall sein. Wenn wir das nicht abschirmen, könnte das böse werden. Also schauen wir uns erstmal die Fähigkeiten von Illidan an. Er hat einmal den Mana-Brand, schleudert einen Blitz negativer Energie, der bei der gegnerischen Ziel-Einheit bis zu 100 Mana verbrennt. Das Mana explodiert und verursacht Schaden in Höhe der verbrannten Menge, also auch gut. Wir machen jetzt hier übrigens erstmal den Segen der Natur und wir brauchen noch zwei weitere Erwische. Außerdem den eben erwähnten Feuerbrand. Aktivieren, um diese Einheit in Flammen zu hüllen und nahen gegnerischen Boden-Einheiten 15 Schaden pro Sekunde zuzufügen. Verbraucht Mana bis Abbruch. Und entrinnen gewährt eine Ausweich-Chance von 30%. Und 30% ist, wie ihr sicher errechnen könnt, ziemlich viel. So, dann brauchen wir jetzt noch die Warpalklingen. Wobei erstmal die Wächter. Sind Dämonen in der Nähe? Wächter finde ich auch wichtig. Kaum eine Herausforderung. So, die bauen auch. Das ist fertig. Euer Gebäude ist fertig. Hier ist der nächste gleich auch fertig. Ich habe Rache gesporen. Unser Zeit ist knapp. Hol dir doch mal ein bisschen Heilung von dem hier. Danke. Ich kenne meinen Verhalten. Forschung abgeschlossen. So, die haben jetzt die Verjüngung erlernt. Also erstmal das Gebrüll erhöht den Schaden verbündeter Einheiten in der Nähe um 25%. Und das hält sogar 45 Sekunden, also ziemlich lang. Und hier haben wir die Verjüngung. Heilt eine verbündete Ziel-Einheit im Verlauf von 12 Sekunden um 400 Trefferpunkte. Ist auch schön. Ich bin flicht. Also ein paar Einheiten, die unterstützend wirken können, die sehr, sehr gut sind. Als nächstes definitiv noch ein paar Mondbrunnen. Die hier an die Front müssen. Die dabei helfen werden, hier alles so ein bisschen am Leben zu halten. Wichtig in dieser Map ist vor allem erstmal... Ah, hier müssen wir jetzt mehr Mondbrunnen bauen. Wichtig ist, dass wir eine gute Basis haben. Im Basis-Sinne des Wortes. So, ermöglicht Nachtelfen nachts genauso weit zu sehen. Das ist auch gut. Und das nächste, was wir dann tun werden, ist auf jeden Fall den hier zum Baum der Ewigkeit werden zu lassen. Das ist die höchste Stufe, die höchste Tierstufe, die die Nachtelfen erreichen können. Triaden brauchen wir dann auch dringend. Klauen-Druiden, wie ihr hier seht, vier Versorgung. So. Alter der Alten brauchen wir dann noch. Euer Gebäude ist fertig. Sowieso ganz nützlich, weil wir da Illidan, wenn er sterben sollte, wiederbeleben können. Natürlich stirbt er nicht. Was für eine frevelhafte Vorstellung, dass Illidan Stormrage sterben könnte. So, ein paar Irrwische. Wir brauchen noch mehr Holz. Viel mehr. Kraft der Wildnis schon mal erforschen. Das funktioniert ja unter anderem hier für die Klauen-Druiden. Die jetzt ja auch schon ein bisschen mehr Trefferpunkte haben und ein bisschen mehr Angriffskraft. So, du bist FedEx, du kannst hier unten hingehen. Zwei Gebäude werden gebaut. Ich baue mal zwei, drei Triaden. Und dann sind wir, so befürchte ich, auch leider schon dort angekommen, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Aber es geht jetzt nicht anders. Nämlich bei kaum Kosten. Flup. Perfekt. Du gehst mal hier unten hin. Und hier würde ich sagen, bauen wir noch einen U-Ton-Beschützer. Triade. Hallöchen. Ich bin wach. Ich bin wach. Forschung abgeschafft. So, die Triade müsste jetzt mehr Schaden machen. Meine Kraft gehört auf. Ah, der leider nicht. Okay. Ich dachte, das gilt auch für die. Jetzt kommen die hier schon mit Skeletten an. Gebrüll. Ich bin wach. Ich bin blind. Ich taug. So, bei der müssen wir jetzt mal aufpassen. Da wirken wir jetzt mal Verjüngung. Weite, weite Welt. Das sieht dann so aus. Sind Dämonen in der Nähe? Wie gesagt, der Heileffekt ist schon ziemlich groß. Ich werde ungeduldig. Halt, wann kannst du mal nehmen, Illidan? Gibt es Ärger? Euer Gebäude ist fertig. Ah, Klauen-Druiden in Bären-Gestalt. Also nicht in ihrer normalen Gestalt. Ja, okay. Das erklärt es dann natürlich. Verbesserte Kraft des Mondes. Aber erstmal ist hier der Bauen der Ewigkeit wichtig. Wir haben jetzt außerdem hier noch eine zweite... Zweite... Zweite Urtum des Krieges gebaut. Ah, die weite, weite Welt. Euer Gebäude ist fertig. Hier können wir jetzt beispielsweise auch die Krallendruiden bauen. Da würde ich jetzt erstmal nur zwei bauen. Und wir sollten jetzt vielleicht mal schauen. Illidan, nehmen wir mal mit. Wir werden uns jetzt mal hier hinten so ein bisschen umsehen. Wir haben ja hier auch... Ah, nee, haben wir gar nicht. Wir haben keinen optionalen Quest. Aber wir müssen früher oder später auf jeden Fall... Da führt auf jeden Fall kein Weg dran vorbei. Eine Echse finden. Kleine Spinnen hier. Machen wir jetzt keine so große Angst. Schön mit dem Feuerbrand Illidan. Man sieht hier ganz oft den Fehlschlag. Der kriegt ganz oft einfach gar keinen Schaden. So. Ihr wirkt Feenfeuer. Ich nehme mir jetzt... Oh, er kriegt auch Erfahrungspunkte noch dazu. Das ist sehr gut. Was ist der Ruf der Natur? Ich werde ungeduldig. So. Brutmutter hat leider auch keinen Mana. Vielleicht hätte ich die mal mitnehmen sollen. Die können halt auch mal gut heilen. Da stirbt nämlich jetzt hier schon die erste Triade. Ärgerlich. Forschung abgeschlossen. Einmal Verjüngung. Natürlich. Ihr werkt es nicht anzusprechen. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch in den Eierbeuteln? Auf jeden Fall haben wir einen Mana-Stein, den Illidan noch gut gebrauchen kann. Und der wohnen in der Nähe. Der erhöht auch die Mana-Regeneration. Die Mana-Regeneration. Oh, ja, 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 ja. Schmuck es schon aus. Ausbau in Position. Ziemlich große Armee, aber wir haben hier echt gut vorgesorgt, indem wir hier vier U-Tombeschützer eingestellt haben. Zusammen mit unseren Mondbrunnen. Eine sehr gute Kombination, die Rechnung tragen wird. So, wir werden die Mondrüstung weiter verbessern. Und jetzt kommt's. Die Meisterausbildung für Clown-Ruinen. Erhöht das maximale Mana, die Mana-Regeneration, die Trefferpunkte, den Angriffsschaden und die Clown-Ruinen lernen die Bärengestalt. Und die Bärengestalt ist Hardcore. Hier, ganz wichtig, Luna-Glebe. Ermöglicht Jägerinnen zusätzliche Einheiten mit überspringenden Glebenangriffen zu treffen. Und hier, Treffsicherheit. Erhöht den Schaden von Bogenschützinnen und Hypokryphenreiterinnen um drei. Hypokryphenreiterinnen haben wir jetzt noch nicht kennengelernt. Die kommen aber noch. So. Hier haben wir... ...weitere Monster, die wir loswerden wollen. ...Schlammwerfer. Also der Teufelswald ist schon ziemlich verdorben vom Einfluss der Dämonen, wie man hier live erleben kann. Oh. Was soll dieser verdorbene Mondbrunnen hier? Sind Dämonen in der Schaden? Meine Kraft gehört, ihr werdet es nicht anzusprechen. Okay. Wir ziehen uns erstmal zurück. Hier ist offenbar eine recht große Truppe. Ich würde jetzt mal jeweils... Wir brauchen zwei Gleben schleudern. Und wir brauchen hier verstärkte Haut. Wir legen dann halt die Gegner mal so ein bisschen auf. Hier haben wir also eine Basis. Die muss auf jeden Fall weg. Ihr wagt es mich anzusprechen. In meinem Rücken stört die nämlich nur. Fasst euch kurz. Ich bin blind. Ich taub. Das Böse rückt näher. Ich bin wach. Ich bin wach. Sofort. Sind Dämonen in der Nähe? Unser heiliger Hein wird entweiht. Kaum eine Herausforderung. So, Illidan. Ah. Ah. Ich bin blind. Nicht taub. Ihr sagt es mich anzusprechen. Wir machen aber auch schnell einen Schaden. Im Gewissen. Das ist schon abgelassen. Ich bin bereit. Ich habe Rache geschworen. So, wir brauchen hier. Ich bin wach. Ich bin wach. Unserer Heiler, glaube ich, mal ein bisschen. Ah, nur noch. Wo soll ich zuschlagen? Und du heilst dich selbst. Dafür brauchen wir einen Irrwr. Und ich hoffe, dass wir die überhaupt reparieren können. Sieht gut aus. So. Hier werden Jägerin gebaut. Baut mehr Mondbrunnen. Ein Vorschlag, mir einen Mondbrunnen zu bauen. Denn das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. Adeptenausbildung für Krallenruinen ist auch wichtig. Und hier hochentwickelte Kraft des Mondes. Wie viel Schaden machen unsere Jägerin? 21 bis 27. Das sieht doch gut aus. Ihr seid am Zug. Meine Kraft gehört euch. Götter, erleuchte meine Zahnzeit nicht knapp. Und wie viel Schaden die dann tatsächlich machen. Ich kann euch so viel sagen. Es ist beeindruckend. Ich bin wach. Ich bin wach. Die Bärengestalt. 30 bis 50 auf der ersten Stufe. Fünf Rüstungen. 960 Lebenspunkte. Also, das geht tatsächlich in ähnliche Sphären wie die Monstrosität. Und die tauchen. Wo soll ich zuschlagen? Euer Gebäude ist fertig. So, wir brauchen noch mehr Mondbrunnen. Was ist der Ruf der Natur? Forschung abgeschlossen. Ich lege eine Fährte. Ich werde ungeduldig. Im Prinzip stelle ich mir gerade so ein bisschen meine Truppe zusammen, die dieses Lager da hinten angreifen soll. Ich bin bereit. Meisterausbildung für Krallendroiden brauchen wir auch. Können die eigentlich auch schon ihre Gestalt wechseln? Klärt mich auf. Ja, können sie. Verwandelt den Druiden in eine Sturmkriehe, sodass er fliegen kann. Da haben wir den Schaden. Magieschaden. Die haben natürlich nicht viel Leben und auch nicht viel Rüstung. Und hier geht es dann viel mehr darum, dass sie halt schnell von A nach B können. Und so ein bisschen Support aus der Luft geben können eben. So, verbesserte Kraft der Wildnis. Wir müssen dringend unsere Klauenruiden noch verbessern. Hier ist der nächste Mondbrunnen. Meine Kraft gehört euch. Das wird nicht der letzte gewesen sein. Wir brauchen immer noch welche. Hier setze ich nochmal... Hier baue ich nochmal zwei. Sind Dämonen in der Nähe? So, und wir gehen jetzt nochmal wieder in die Richtung. In der Hoffnung, dass uns da keine großartige Armee noch entgegenkommt. So, und jetzt hier die Vorpal-Klingen. Die sind ja für unsere Gleben-Schleudern. Oh. Euer Befehl? In Position. Ich bin bereit. Oh. Forschung abgeschlossen. Selbstverständlich. Soll Zeit nicht knapp. Los. Passt euch kurz. Los, Herr Bär. Sicher. Nun, das sind ziemlich viele, muss man sagen. Euer Gebäude ist fertig. Aufwacht, Posten. Oh. Forschung abgeschlossen. Scheiße. Was ist denn da los? Okay. Okay, hier würde ich jetzt tatsächlich sogar sagen, wir laden. Ich hätte nicht gedacht, dass da so eine starke Angriffswelle kommt, ehrlich gesagt. Aber man darf halt auch immer noch nicht vergessen, das ist das vorletzte Level des Hauptspiels. Im ursprünglichen Reign of Chaos gab es da dann nichts anderes mehr. Außer halt die letzte Mission. Und ihr könnt mir glauben, die letzte Mission, die... Die ist nicht angenehm. Die ist überhaupt nicht angenehm. Gibt es Ärger? So. Das erste, was wir machen, ist das hier. Illidan, du musst hiermit hoch. Die ist mir überhaupt. Nein. Scheiße, ich habe da nur noch einen. Ah, der hat auch keinen Mana mehr. Mann. Mann. Wo soll ich zuschlagen? Nicht genug Gold. Spuckt schon aus. Im Nachbesserabend. Der Schläfer ist erwacht. Ich bin bereit. Und so beginnt es. Ja, die wissen schon, wie sie es machen müssen. Wir haben leider sehr, sehr viel verloren wieder. Und ich verliere die ganze Zeit meine Clown-Druiden. Aber es ist kein Wunder, sie gehen ja auch an die Front. Ich bin blind, ich bin blind, nicht taub. Ich brauche noch Triaden. Ja, ihr bleibt auf jeden Fall. Ihr bleibt hier. Ich bin bereit. Und ihr kommt mit. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Also wenn wir eine Chance des Angriffs haben, dann jetzt. Ist das alles? Und so langsam, aber sicher wird es auch. Was macht ihr jetzt? Die bewegen sich gerade leider sehr, sehr komisch. Das verstehe ich nicht. Sprecht frei heraus. Die Zeit des Wartens ist vorbei. So. Der muss auf jeden Fall geheilt werden. Die weite, weite Welt. So, verstärkte Haut. Geld ist ein Problem, langsam. Ich werde ungeduldig. Ich bin wach. Ich bin wach. Reine Kraft behörst euch. Wo soll ich zu fliegen? Ich kenne mein Ich-Werde-Ungeduldig. So, einmal hier rauf, bitte. Sterbt. Dummkomm. Ach, die weite, weite Welt. Lass dich nicht töten. Du dich auch nicht. Ah, Mann. Gehen aber auch immer wieder in den Kampf hier. So. Wo haben wir die Glebenschleudern? Und da greift man das Ding an. Ich bin blind. Ich taub. Das Böse. Greift das Ding an. Greift es an. Loops. Back is it. Ist das alles? So. Ich kenne mein Vater. Ich warte auf den Bär gekommen. So, und jetzt sind wir, guck mal, bei Rüstung 7. Ich warte auf euch. schon erledigt. Elida an eine Stufe aufgestiegen. Auf euer Zeichen. Schon verstanden. Viel zu leicht. So, wir brauchen zwei weitere Clown-Droiden. Unsere Krieger greifen den Feind an. Und ich würde hier jetzt tatsächlich mal noch einen... Zeig den Weg. Schon verstanden. Sind Dämonen in der Nähe? Noch einen Rotom-Beschützer hinsetzen. Denn jetzt, wo ich gesehen habe, dass sie mit so großen Dingen wie den... Was ist das für einer? Ein Skelettkönig. Zum Glück kam er nur dazu, es ein einziges Mal einzusetzen. Diese Schockwellenfähigkeit, das war ja gruselig. Wir müssen einmal eben wieder die Gestalt wechseln. Ich habe ja dann nicht genug Mana. Verdammt. Verdeppter Baum des Lebens. Da haben wir eine Goldmine. Und die müssen wir uns schnappen. Da kommen ja wieder die Richtigen hier. So, jetzt machen wir mal den. Vorsicht. Den ziehen wir raus. Sehr gut. Heilung auf wen? Auf irgendwen? Auf den. Dich. Okay, wenn nur so Einzelne kommen, dann ist das kein Problem. So, ich brauche Irrwiche. Ich warte auf euch. Und das ist freigeräumt. Sind Dämonen in der Nähe? Und das ist ein erster kleiner Teilerfolg. Ich bin blind, mich taub. Diese Position müssen wir ebenfalls halten. Wenn es uns gelingt, das zu halten. Ich wäre ja jetzt nicht unbedingt da lang gegangen, wenn ich nur wäre. Ich bin blind, mich taub. Ja gut, wenn wir die hier auslöschen, dann geht das. Unsere Krieger greifen den Feind an. Sehr gut. Überall Zeug. Ich hoffe natürlich, dass sie jetzt diese Basis dann in Ruhe lassen. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass das da oben klappt. So, Illidan. Interessant. Oder das sollte euch interessant vorkommen, dass er seine letzte Fähigkeit, seine ultimative Fähigkeit hier nicht lernen kann. Und das hat storytechnische Gründe tatsächlich. Meine Kraft gehört euch. So. Clown-Ruide. Davon eine und davon eine. Vopal-Klingen habe ich... Oh, das geht ja nicht. Wir wollen... Gerne, wenn wir können. Zieht euch ein wenig zurück. Oh, hat der auch Mana dran. So, jetzt sind wir mit dabei bei neun Rüstungen. Das ist halt schon sehr, sehr angenehm. Ich mag die Bären einfach. So. Machen wir sie noch stärker. Ich werde ungeduldig. Hier haben wir eine Gruppe, die wir auf jeden Fall gut auslöschen können. Los, Illidan. Das hat leider nur sehr wenige getroffen. Der Buff kam jetzt nicht so besonders stark. Schattenschwindler. Satyrschwindler. Clown des Angriffs plus sechs. Gut. So. Einer braucht Hilfe. Und zwar diese kleine. Oh, da ist ja auch noch eine Goldmine. Ja, wunderbar. Also da sieht es jetzt so aus, als wären wir erstmal safe. Ich bring da mal drei hoch. Wir haben aber auch eh nicht mehr so viel. Wir haben eh nicht mehr so viel Gold. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So hieß es doch. Wir kommen auch leider nur sehr, sehr langsam unserem Ziel näher. Ich bin blind, nicht taub. Ich bin wach. Ich bin wach. Ihr wagt es mich anzusprechen. Die Angriffe kommen ja offenbar alle von hier oben. Also zumindest diese Dämonenangriffe. Wir werden also, wir werden uns jetzt mal weiter von hier aus ausbreiten. Die versuchen da gerade hochzukommen, oder? Meine Kraft gehört euch. Forschung abgeschlossen. Ihr könnt alle hier mit hoch. Und einen von euch werde ich jetzt mal zum reparieren nutzen und euch hierfür. Elidan, guck dir die nächsten Orte hier an, die wichtig sein könnten. Da ist auch was. Und es regt mich schon wieder auf. Euer Gebäude ist fertig. Ja, das ist ultra nervig. Ja, das kann ich leider nicht. Hier ist aber auch noch eine Goldmine. Machen wir hier noch einen. Ich bin blind, nicht taub. Mana trank. Gut, hier haben wir noch eine Goldmine. Hier haben wir noch ein paar Spinnis. Hier haben wir noch ein paar große Spinnis. Ich werde ungeduldig. Unsere Krieger greifen den Feind ab. Ihr wagt es mich anzusprechen. Also theoretisch könnte ich da oben jetzt wieder einen Baum bauen und die einfach ein bisschen verarschen. Vielleicht wäre es aber sicherer, den hier zu bauen. Das ist einfach nicht so weit weg. Ich bin wach. Ich bin wach. Der Baum da oben, also die Goldmine da oben ist leider ziemlich weit weg. Und dadurch schwer zu verteidigen. Die setzen wir jetzt mal zurück. Ihr kommt mal mit hier hin. Wir bauen dann einfach hier U-Tombeschützer. Und gut, es sind Dämonen in der Nähe. Foliant der Beweglichkeit. So, mein Freund. Okay. So, wie war das, das ganze Held? 45 Sekunden. Droht euch die Brotmutter. Okay, und offenbar haben wir dadurch einen Speicherpunkt erlangt. Edelstein der wahren Sicht. Hm. Sind Dämonen in der Nähe? Ich würde lieber so eine Rolle der Heilung hier kaufen. Ihr wagt es mich anzusprechen. Ich kenne meinen Pfad. So. Forschung abgeschlossen. Da baut der Baum. Und das erste, was wir jetzt machen, ist U-Tombeschützer. Ich kenne noch mal ein paar mehr. Ich habe keinen Bock auf Überraschungen. So. Was bauen wir hier noch? Ich würde mal noch zwei Krallen-Ruiden machen. Der Debuff von dem, was die gegnerische Rüstung anbelangt, ist halt doch nicht zu verachten. Kaum eine Herausforderung. Ist wirklich nicht zu verachten. Da kommt eine Angriffswelle. Die werden wir jetzt abfangen. Die wollen nämlich hier hin. Ja. Das Böse mit unserer Zeit ist knapp. Das ist aber auch teilweise einfach nicht klapp. Hier. Ich kenne die da. Ich kenne die da. Ja. Ich werde ungeduldig. Wir mussten leider ein bisschen einstecken. Ich würde die jetzt einmal zurück... Shit, the fuck. Das Böse rückt mir. Ich warte. Ach, Mist. Komm. Ich bin bereit. Den einen müssen wir rausziehen. Ich bin blind. Nicht taub. Kann die sich jetzt irgendwie gegenseitig... Ich dachte es nicht anzusprechen. Euer Gebäude ist fertig. Hallo, Goha. So. Heilen. Zeig den Weg. Ich bin blind. 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 Vielen Dank.